Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es weiter mit unserer Noxus-Serie. Noxus Game Studios, genau. Heute spielen wir Death Tapes. Ist ein kleines Spiel von ein Game-Studio, die dann halt die Spiele kostenlos zur Verfügung stellen auf Fisch.io, weil es halt kostenlos zum hochladen. Was ja aus dem wo dann so ein Steam-Account auch wieder 100 Euro kostet. Das ist für einen jungen Entwickler eigentlich viel zu viel. Naja, sehen wir mal rein, was da so schöne Sachen sind. Ja, Deep Story Volume 1, ja. Death Tapes, ach so. Na ja gut, gehen wir mal rein in die Sache. Noxus Game Studio presents... Geil. Death Tapes. Bam, 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 bam. Geht rein. Geht aus, geht aus. Geht in deinem Apartment. 39. hier nicht mal eine türklinge haben wir finally i'm home i'm exhausted also der freut sich das kommt jetzt von arbeit richtig schlapp im ganzen arbeit schöne wohnung was ist denn das für eine wohnung hier ist eine wohnung da ist eine wohnung hier hat er links und rechts hat der fenster könnte da in die wohnung von seinen nachbarn reingucken oder was naja das ist jetzt hier ein bisschen schlauradig was spielen da hier hier steht tv hs player ja küche schön gutes lieb habe ich die tür abgeschlossen crash bandicoot was ist denn das hier für eine band wisst ihr was noch zu schlafen gehen ja ihr wisst doch wie es geht 3 uhr am morgen krachtzeugen und wir müssen gucken was da los ist er schlieb what you've got to be kidding me who is knocking at the door at this hour ich kann nicht schlafen das interessiert mich nie bleib jetzt im bett ah nee dos brot bepsi serials ist hier jemand what fv st who left this ja 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 hallo ist hier jemand nachtbarn wo hat hier das gewesen gott geil da hat eine playstation 1 seht ihr das chat geil so die spülen wir mal die Toilette runter weil interessiert uns nie gut in den player also wir sagen da jetzt die aufgabe ist das ding in unseren vrs player zu stecken habt ja keine lust aber naja machen wir mal ich will hier doch ja oh my god what's that also das war oh god someone taped my apartment i must be some kind of stupid prank also das regt sich da auf dass da jemand der sei ne jur gefilmt hat für drei sekunden ok kommt nur scheiße wahnsinn gut du sleep so drei uhr morgens wir gehen da kriegen hier komische hier rs kassetten und da denkt sich das ist halt hier irgendwie so nur so ein joke hier dass jemand den achern will ich würde da ja polizei rufen gleich sagen hier das ist ein wilder der will uns da umbringen da macht hier der perverse Sachen mit uns vielleicht kommt er dann auch hier aus dem schrank ausgesprungen ich mach mal die Tür zu jetzt kommt er gleich wieder aus dem kommt gleich ihn noch angesprungen der uns umbringen möchte neun uhr am morgen geil total easy schön am morgen neun uhr am morgen ohne Kummer und Sorgen ihr wisst ja wie es ist richtig schön wenn ja nichts passieren ja ich mich weiter schlafen go to the kitchen and eat cigarettes also aufstehen und erstmal ein paar Cornflakes essen ist hier jemand mhm mörder bist du hier ja serials ja jetzt esse ich die erste mal und dann steht er hinter mir und möchte mich abstechen ich sehe es doch schon kommen so I've eaten now I will go to work das heißt jetzt ich möchte zur Arbeit gehen genau hallo dann kommt unser jumpscare kann ja nicht mal schnell laufen daher so ich mache den Fahrstuhl auf und dann kommt dann hier ein mörder rausgesprungen nee aus later ja Arbeit um jetzt kommen wir wieder heben kriegen wir dann es ist dann 3 Uhr nachts finally home I need to sleep I'm very sleepy ja ja so jetzt steht er hier drinnen in der Küche was sind's holen wir die Tür zu ich hoffentlich schließt er die auch mal zu ist ja jemand ich muss auch mal die Kuration angucken was hat er denn hier Alien oh walkie talkies warum hat denn da walkie talkies das hat ja auch zwischig hm so jetzt schläft er ein 3 Uhr am Morgen geht's wieder los Jumpscare hey die Jumpscare kommt jetzt oh dead again dammit ich habe da nichts gehört hier wahrscheinlich auch nichts options window mode reflection quality ich weiß nicht das ist wird die Türen aber so allgemein hast du ja kein sound ist auf in Ordnung wisst ihr was ist verlös was hätten da jetzt gefilmt das hätten kosten Geld Leute what the hell is that is that a head and a person on the side na gut so check out the apartment wie jetzt das ist ja einfach der Kassette drauf kann das ja nicht ach okay da ist er nicht nichts hier Kamera so meine Freunde ich hoffe euch hat es gefallen das war jetzt mal ein bisschen kurzeres video des tapes ja ich sag mal so von unseren geliebten besten Entwicklers Studio Noxus Games was wir so toll lieben war das ja nicht zur Unterbringung gewesen das war wahrscheinlich ein Projekt gewesen das sie dann fallen gelassen haben wie jedes mal sag ich oder sag ich bitte ich euch darum müsst ihr diesen Kanal abonnieren um da auf den Laufenden zu bleiben mit irgendwelchen creepy games also wie gesagt hier abonnieren liken kommentar schreiben und alles hilft euch sehr ist das beste für euch und goodbye Leute ciao